Da kann was jetzt nicht passen. Die sind punktgleich, 235, 235, 240. Sind 710 Punkte? 69,61 steht hier ganz groß auf der Anzeige. Aber das wird es vielleicht doch mal überrechnen. Herr Schmidt, wir tun alles, um diesen Fall aufzuklären. Ich verspreche es. Ich hoffe. So, nun haben wir es. Jetzt ist es heute richtig. 232 Punkte, Herr Schmidt, bei H. 237 Punkte bei C. Und bei B 221 Punkte. 690 Punkte insgesamt. 67,65 Prozent. Tja, wer arbeitet, macht schon mal Fehler. Der, der nicht arbeitet, macht halt weniger Fehler. Nun also Winslet und Juliane Grobe. Tja, danke. Tja, Mann. Tja, Lawyerbebben-Bicke. Tja, Möbebben-Bicke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020